Hey Leute und herzlich Willkommen zu Ori and the Blind Forest! Und beim letzten Mal haben wir endlich die Fluten besiegt. Wir sind vor den Fluten geflüchtet, wie man es auch immer jetzt nennen soll. Wir sind auf jeden Fall draußen. Und wir wurden von dem kleinen... Ja, ja, von dem Typen gerettet. Aber ich komme da jetzt überhaupt nicht weiter, ne? Ich habe ja jetzt die Dinger da nicht. Und hier? Ich kann ja nicht schwimmen. Äh?! Seit wann kann ich schwimmen? Oder kann ich das nur, weil das Wasser jetzt klar ist? Das kann natürlich sein... Das kann natürlich sein, aufgrund des Wassers... Uäh, geh weg! Das denke ich nämlich jetzt auch gerade mal, dass das aufgrund des Wassers kann ich jetzt schwimmen. Cool! Ups, weh! Das ist ja geil! Ja, ja, jetzt muss ich die Dinger noch suchen, klar! Das ist ja mal richtig irre! Jetzt mache ich das Spiel wieder! Jetzt, wo das da überstanden ist, mache ich das Spiel wieder. Sehr gerne sogar! Kann ich das von hier schon? Oh mein Gott! Wie komme ich da jetzt hin? Wie komme ich da jetzt hin? Weiß keiner. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich muss ja da hoch, es gibt doch keinen anderen Weg. Oh, es atmet so ganz seltsam! Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Bitte, Leute! Oder muss ich woanders noch was haben? Ne, kann ich noch nicht. Hä? Okay. Hier ist ja kein... Hey. Schade, dass man sein eigenes Glühwärmchen nicht als Projektiv verwenden kann. Da komme ich nicht hoch! Das geht nicht! Gibt es eine andere Seite vielleicht? Die ich wohl irgendwie übersehen habe? Geh weg, Piranha! Okay. Ich will mich jetzt nicht zu lange hier aufhalten wegen der Luft. Autsch! Ich schwimme natürlich unten rein. Ah, da ist schon ein so ein Ding. Gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier sterbe gleich. Mach mal eben hier... Hier komme ich ja nicht weiter, weil ich hier zwei Erfahrungspunkte brauche. Aber hier komme ich weiter. Ja. Ultra-Geistergranit. Die meisten eingesammelten Gegenstände werden automatisch absorbiert. Was haben wir hier? Halbiert die Kosten der Stichflamme. Ich verstehe das nicht so ganz, was Kosten... Was meinen die? Hier brauche ich ja wieder zwei. Okay, wenn nichts mehr brauche ich einfach noch zwei davon. Ja, dann mache ich jetzt erstmal das. Und dann sammeln wir erstmal wieder. Ich hätte speichern sollen vorher. Klein ist ein bisschen zu lange gewartet. Lop, 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 lop. Schwimm, 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 schwimm. Schwimm, schwimm. Süß. Da oben ist das andere Ding. Bei sowas gefällt mir die neue Technik ganz gut. Allerdings bin ich gerade gestorben und habe das jetzt verloren. Okay, aber ich weiß, wie es geht. Ich warte hier nochmal ganz kurz. Luft. Ui! Atsch! Atsch! Ach Mensch! Entschuldigung, das ist so wunderbar. Jetzt geht es einfach mal gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt keinen Bock hier zu sterben. Wieso klappt es beim ersten Mal eigentlich immer so gut? Und beim zweiten Mal? Dritten, vierten, fünften Mal? Na nö. Autsch! Egal, ich hab's. Okay... Ei, 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 ei. Puh! O'kay. Luft r centimeters. Geht, 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 Geht! Hier rechts ging es ja auch noch lang, ne? Nee. Ich möchte gerne wissen, was da links noch ist. Vielleicht mal gucken. Da war ja das, genau. Hier ist eigentlich nur eine Kammer zum Luft holen, ne? Ich war ja hier gar nicht, weil ich ja direkt dachte, ich da... Wow! Das ist so süß jetzt auf einmal. Yay! Ich weiß ja nicht, was du... ...was du kaputt machen sollst. Ich finde es immer nicht gut, dass du jetzt hier rum... Eiers. Guck mal, hier bin ich, guck mal. Nee, hier, komm! Komm her! Komm her! Komm jetzt! Na komm! Ja, jetzt... Bleib doch mal hier! Jetzt komm her! Hallo! Oh, es überrennt mich direkt. Kann ich es mit meiner tollen Attacke angreifen? Könnte ich, aber es stirbt nicht dabei. Okay, ich muss es bestimmt ins Wasser locken, weil Stein sinkt ja. Weil es hat... Na komm! Komm! Nee, es hat, glaub ich, Angst vor Wasser. Nee, es muss hier runter. Okay. Hallo! Hallo, du da! Komm jetzt noch mal her! Na komm her! Ach, älte, Alter! Boah, was ist das für ein Vieh? Oh, verdammt! Na komm! Komm jetzt! Boah! Boah, was ist das für ein doofes Ding! Okay, jetzt hab ich die Karte eingesetzt. Ja, ich muss da runter. Dann hab ich mich da ne Abkürzung. Seht ihr das? Und dann geht's hier auch noch komplett lang. Ja, da muss ich ja gleich hin. Ach, mir juckt die Nase! Aber... Habt ihr das gerade gesehen? So, ohne Mr. Schwein... Stuhlkopf Schwein... Hey! Äh... Hab ich die Karte wieder eingesetzt. Hallo! Jetzt komm doch mal her, verdammte Scheiße! Ja, aber nicht so! Oh, das ist doch ätzend! Was soll das denn? Ist der zu blöd oder tut der nur so? Hey! Hey! Und Stöß! Na komm! Komm doch! Ist das denn so ein Kursstreckenläufer oder was? Boah! Ja, jetzt bin ich tot. Das ist doch verarscht! Das Ding muss doch da bisschen drunter fallen! Jetzt bin ich gleich wieder tot? Genau! Weil das Ding genau neben mir steht! Jetzt fühl ich mich ein bisschen verarscht vom Spiel, ey! Ich wollte gerade speichern, wie man gesehen hat. Also wenn das... Ich setze jetzt die Karte ein, dann hat's nicht die Sache. Also mich kotzt das gerade hier alles. So, zum achtzigsten Mal... So, ihr könnt mich alle mal im Arsch lecken jetzt. Ach! Scheiße da! So! Speichert! Wie geht's weiter? Weil da ist ja so jetzt nichts mehr. Das wäre jetzt zwar eine schöne Abkürzung. Aber ähm... Das Schwein will halt nicht, ne? Ich fahre überall... Ich fahre bei ziemlich vielen Gängen noch nicht, so wie ich gerade feststellen muss. So, wo muss ich denn jetzt als nächstes hin? Wo ist das denn hier auf der Karte? Da! Oh, ist auch ein sehr großes Gebiet. Die Frage ist, wie kommt man hier hin? Weil hier ist ja fertig, ne? Ah ne, vielleicht da nicht. Aber ich muss ja jetzt rechts weiter. Und da ist nochmal so ein grublicher Baum. Hm. Jo. Nehmen wir mal rechts. Und dann schauen wir mal, ne? Ich speichere mal hier vorsichtshalber, falls jetzt was passieren sollte. War hier unten im Wasser was? Ja, da hinten. Ich hole mal kurz... Ah ne, das schaffe ich noch. Das schafft sie noch. Schön. Weil ich muss rüberjumpen, sonst komme ich hier nicht... Genau. Okay. Das ist ja dann... Ist hier unten sonst noch irgendwie was? Ne, ne? Nö. Okay. Ah, es ist sowas von schön jetzt wieder. Schön idyllisch. Gut, doppel gespeichert. Schadet auch nicht. So, jetzt aber hopp, hopp. Bleib stehen. Gut. Okay. Okay. Ach, das war blöd. So, hopp. Vielleicht sollte ich mich auch einfach mal... ...hier... 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 Übo macht den Meister, ne? Ich glaube, deswegen hat man das auch so krass da gestaltet, dass man halt echt heftig diese Atapultiertechnik, wie man es auch immer nennen möchte, benutzen soll, weil jetzt halt auch solche blöden Sprungpassagen nochmal kommen. Okay. Ilo, der kräftigste der Geister der Stärke, ist je gesehen wurde. Der je gesehen... der stärkste, der je gesehen wurde. Jetzt ruht er hier, verwandelt in einen Stammbaum. Gucken, was wir jetzt können. Du hast das Stampfen erhalten. Benutze diese Fähigkeit, indem du A drückst, um in die Luft zu springen und dann nach unten. Okay. Geil. Ich nehme an, jetzt brauchen wir solche Helferlein nicht mehr. Jetzt könnte ich wahrscheinlich sogar noch zurücklaufen. Na komm. Äh. Das war dumm. Mach das nochmal, bitte. Okay, ich werde hier mal nichts speichern. Du kannst... achso, der Boden hier ist innen stabil. Kann ich... Geht's denn jetzt hier noch lang? Ich bin ja schon wieder am Anfang. Höh! Puh! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang und jetzt muss ich wahrscheinlich wieder... ...zurück. Okay, dann beende ich jetzt die Folge und wir hören uns für nächstes Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschau Leute! Danke schön! Danke. Danke schön!